Und wir machen es mal ohne diese Filterhintergründe, finde ich. Irgendwie ist es lebendiger. Ah, Horst. Der Horst. Der Horst ist auch da. Aber wo kann ich aufzeichnen? Der Horst ist auch da. Da kann man auch das Audio rausholen, weißt du? Wo? Im Pro-Account. Esther ist ein bisschen wie ein Erdmännchen da. Du bist doch was. Er ist schon der Opio. Aufzeichnen, angeeignet. Aufzeichnen, läuft. Zwischen den Klassen. Ein Podcast von Factory Theater Kiel.